Hoi miteinander, ich bin Luca, ich bin gelernter Bootbauer und da das nicht so ein bekannter Beruf ist, würde ich gerne mal zeigen, was ich mir den ganzen Tag so mache. Als Bootbauer bauest du natürlich Boot bauen, du aber auch Boot reparieren, restaurieren und bist für den Unterhalt zuständig. Grundsätzlich musst du kein Vorkommnis über Boot haben, um diese Lehre zu anfangen. Gewisse Sachen, die du aber sicher mitbringen sollst, sind die Freude am Handwerk, die Arbeit mit verschiedenen Materialien und die Teamfähigkeit ist natürlich auch immer gerne gewesen. Wenn ich mit diesem Video dein Interesse für den Beruf wecken könnte, würde ich uns mega freuen, wenn du uns besuchen kommst du beim Schweizer Bootbauverband oder Swiss Skills.